Was ist das für eine Figur und wie lang ist der Kreisbogen B? Das ist in dieser Aufgabe die Frage. Das ist ein Kreissektor oder einfach ein Sektor? Für die Berechnung der Länge des Kreisbogen B brauchen wir die Grösse des Zentriwinkels. Da der Winkel grösser als 180 Grad ist und wir einen Drum mit dem Geodrojekt nicht direkt messen können, messen wir den gegenüberliegenden Winkel. Dieser ist 155 Grad gross. Jetzt kann man das von 360 Grad subtrahieren und kommt so den Zentriwinkel von 205 Grad über. Abgesehen vom Zentriwinkel brauchen wir noch die Länge des Radius. Wir multiplizieren den Radius mit 2 und anschliessend mit Pi. Das gibt den Umfang eines ganzen Kreises. Darum müssen wir jetzt noch durch 360 Grad mal 205 Grad rechnen. Und so kommen wir auf die Länge von 10,73 Zentimeter. Wir haben auf zwei Stellen nach dem Dezimalpunkt gegründet. Weil die Aufgabe nichts angegeben ist, können wir auch zum Beispiel auf eine Stelle oder auf drei Stellen nach dem Dezimalpunkt runden. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch Dezimalch